Ubisoft hat angekündigt, dass Star Wars Outlaws am 30. August 2024 auf den Markt kommen wird und den Spielern ein spannendes Abenteuer bietet. In der Rolle von Kay Vess navigieren die Spieler durch eine Galaxie in Aufruhr und versuchen, den Fängen des kriminellen Lords Slyro zu entkommen. Der actiongeladene Trailer zeigt Begegnungen mit ikonischen Charakteren wie Jabba the Hutt und stellt verschiedene Spezies und Schauplätze vor, darunter Tatooine und andere Planeten des äußeren Randes. Auffallend ist, dass Lichtschwerter und die Macht nicht vorkommen, was den Fokus des Spiels auf die Unterwelt unterstreicht. Star Wars Outlaws verspricht die Erkundung der offenen Welt, Speederfahrten und eine Reihe von bunten Charakteren an Bord des Trailblazer-Schiffs. Das Spiel wird auf Xbox, PS5, Amazon Luna und PC über Ubisoft Connect veröffentlicht, wobei Abonnenten und Käufer von Sondereditionen einen frühen Zugang erhalten. Netherrealms Enthüllung des DLC-Charakters Ermek für Mortal Kombat 1 wurde für sein vereinfachtes Design kritisiert, aber das jetzt enthüllte Gameplay zeigt deutliche Verbesserungen. Ermek trägt jetzt eine Maske und verbesserte Outfit-Details, wobei seine Kräfte türkis leuchten. Die Hintergrundgeschichte und die Moves des Charakters, darunter Telekinese und ein brutales Fatality, werden in dem Trailer hervorgehoben. Ermek geht spielerisch auf die vorherige Design-Debatte ein und beteuert, dass seine Veränderung zum Besseren ist. Eine willkommene Überraschung ist auch die Einbeziehung des Cameo-Charakters Mavado, der für seinen elastischen Peitschenkampf bekannt ist. Der frühzeitige Zugang für Ermek beginnt am 16. April. Die vollständige Veröffentlichung ist für den 23. April geplant, während Mavado erst später im Mai hinzukommt. Für den Zugang ist die Premium-Edition oder das Combat-Pack erforderlich, das sechs DLC-Charaktere und zusätzliche Inhalte zum frühen Spielen bereithält. Publisher PlaySide und Entwickler Fumi Games haben einen Gameplay-Trailer für ihren an Steamboat Willy erinnernden Ego-Shooter Maus veröffentlicht, in dem Traversal-Tools wie der Enterhaken, der Helikopter und Power-Up Spinat vorgestellt werden. Diese Fähigkeiten bieten einzigartige Möglichkeiten, durch die Level zu navigieren und tödliche Nahkampf-Kombos auszuführen. Maus zielt darauf ab, das klassische FPS-Gameplay mit seiner Vintage-Ästhetik wiederzubeleben, ähnlich wie Cuphead. Neben dem Trailer wurde auch ein offizieller Discord eingerichtet, um das Engagement der Community zu fördern und Feedback zu sammeln. Matthäus Michalak, CEO von Fumi Games, unterstreicht das Engagement des Teams, ein Spiel zu entwickeln, das ihre Leidenschaft für Animationen mit FPS-Mechaniken verbindet und verspricht, eng mit der Maus-Community zusammenzuarbeiten, um ein außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. Helldivers 2 stellt seine neueste Premium-Kriegsanleihe Demokratische Detonation vor, die explosive Waffen wie die Explosionsarmbrust und die Granatpistole sowie neue Rüstungen enthält, die Kollateralschäden abmildern. Arrowhead veröffentlicht außerdem heimlich sechs neue Schiffs-Upgrades, die verschiedene Module mit Vorteilen wie reduzierter Waffenspreizung für Strategeme und Erhöhung von Flammenschaden bieten. Arrowheads Tendenz zu Überraschungs-Updates setzt sich fort, wie man an den unangekündigten Hinzufügungen von Feinden und Schiffs-Upgrades sieht, die die Spieler bei der Stange halten und sie auf neue Inhalte neugierig machen.